Ich heiße William Shatner und ich war Captain auf dem Raumschiff Enterprise. Ich war aber nicht der einzige Captain. Es gab noch Patrick Stewart, Avery Brooks, Kate Mulgrew, Scott Bacula und zuletzt Chris Pine. Das sind einige, aber es gab ja auch viel Star Trek. Eine TV-Kult-Serie wird neu aufgelegt. Was soll da schief gehen? Jeans Visionen von der Zukunft der Menschheit. Ein Wahnsinn. Alarm schotten dicht! Dieser Film handelt von den ersten turbulenten Jahren von Star Trek das nächste Jahrhundert. Davon, wie die Serie begann und das Chaos der ersten drei Jahre überlebte. Ich spielte vor fast 50 Jahren in Star Trek mit. Man könnte meinen, dass ich alles darüber weiß. Tue ich aber nicht. Können Sie sich vorstellen, dass ich mich nach hunderten Star Trek Conventions frage, was sind das eigentlich für Leute? Der Film und der Film und der Film. Ich spielten mir, dass wir das Jahrhundert oder um zum Beispiel gesehen haben. Jeans Visionen von der Film. Ich spielte mich an, wie es die visually geredet hat. Ich spielte mich an. Ich spielte mich an. Ich spielte mich an. Und ich spielte mich an. Ich spielte mich an. Untertitelung des ZDF, 2020